Einen flauschigen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Zuschauer wie von Aerosol, Lars oder so und Easy Cheesy sollten Bescheid wissen, was mit diesem Video gemeint ist. Meine Community sollte das jetzt wahrscheinlich eher nicht so wissen, weil ich jetzt da nicht so in dieser Szene drin bin, aber kenne halt alle vier, drei Leute da und ja, verfolgt die auch. Ich habe ja den Streit schon re-uploadet, weil ich weiß nicht, ich nehme das jetzt hier am 8.2. auf, weil die haben halt im Video gesagt, dass das Video nicht immer online bleiben wird und für die Leute, die sich da noch anschauen wollen, habe ich es halt re-uploadet. Heute möchte ich aber mal ja meinen Senf ein bisschen dazu geben und meine Meinung dazu machen. Ich habe mir hier fast gefühlt eine ganze Wörtsseite mit Stichpunkten gemacht, die ich heute ein bisschen ansprechen möchte zu dem Streit. Und zwar habe ich mir beide Videos komplett angesehen, wie von Aerosol und Lars, wie auch von Easy Cheesy und die möchte ich heute ein bisschen ansprechen. Es kann sein, dass Video ein bisschen länger geht, das weiß ich noch nicht. Dann fangen wir einfach mal an mit Isis Kritikpunkten. Und zwar meint sie halt, dass man private Dinge untereinander erklären soll, stimme ich ihr komplett zu. Nun hatte sie aber angeblich keine andere Wahl, was ich irgendwie nicht verstehen kann. Aerosol, also Roman, verbreitet angeblich Fake News über sie, was überhaupt nicht stimmt. Weil wenn irgendein Zuschauer immer gefragt hat, was eigentlich da jetzt mit den dreien ist und mit Easy Cheesy hat halt Roman damit geantwortet, dass sie halt nicht wisst oder er halt nicht weiß, was mit Easy ist. Und das soll irgendwie als Fake News verbreitet sein. Also ja, Lars und Roman haben ja das Video zusammen gemacht, weshalb es dann auch natürlich glaubwürdiger ist, weil man dann beide Ansichten hat und natürlich auch verstärkt halt dann weiß, Ja, wenn dort zwei Leuten das behaupten, da hat man ja von zwei Leuten eine Aussage und nicht nur von einem, der könnte ja dann lügen. Und für mich, ich verfolge Roman schon so lange, um zu wissen, dass Roman jetzt nicht ein kompletter Lügner oder sonst irgendein Draht hier für irgendwas ist. Super sympathischer Mensch. Easy natürlich auch sympathisch, auch wenn ich sie jetzt nicht aktiv verfolge. Aber ich versuche natürlich im Video beide Parteien zu verstehen. So, Fake News. Wenn das, was ich gerade angesprochen habe und Roman auch nicht die angeblichen Fake News sind, dann easy. Dann möchten wir aber auch Beweise haben, welche Fake News rausgegeben wurden. Wurde nämlich nicht angesprochen und es wurden auch keine Beweise gezeigt. Es wurden im Gesamtvideo keine Beweise gezeigt, weshalb ich hier ein bisschen anders vorangehe. So, Anfang 2018 hat Roman aufgehört, mit Flo aufzunehmen. Das ist an sich schon richtig, 2017, wo Easy mit in die Gruppe gekommen ist. Und jetzt soll Roman verboten haben, Aufnahmen mit Flo, also Chaos Flo 44 zu machen. Da, also, ich finde, für mich nach logischem Menschenverstand klingt das einfach wie eine Lüge. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und wenn es so sein sollte. Im Januar 2018 ist noch ein Video von Easy mit Flo halt gekommen. Dann, also sie hat auch gesagt, dass sie noch mit dem Kontakt hat. Da hat wahrscheinlich auch niemand was dagegen. Und im März hat noch Flo, also Chaos Flo mit Lars aufgenommen. Also, wenn Lars und Roman so gut befreundet sind und er Lars verbieten würde, mit Flo aufzunehmen, was kompletter Bullshit ist. Warum ist denn dieses Video zustande gekommen? Und niemand hat darum gemeckert. Also, das ist mir dann auch unklar. Ja, Roman soll ausgerastet sein, als ob er da rumgeschrien hätte und sonst was kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und Roman, wie auch Lars, haben bezeugt, dass es überhaupt nicht stimmt. Und da, ja, könnte ich auch eigentlich sagen, dass es nicht stimmt. Weil für mich komplett sympathisch. Aber rumschreien, ja, ist für mich irgendwie nicht drin. Wurde auch belegt, dass, ja, also Lars hat auch gesagt, dass er Roman so gut wie eigentlich nie rumschreien hat. Und Lars ist ja jetzt auch eigentlich so gut vertrauenswürdig. Also, ist ja auch niemand, der hier rumlügen würde. Easy meinte, sie wusste nicht, warum Roman nicht mehr mit Flo aufnimmt. Sie verstand es so, dass Flo, also Chaos Flo, ein größerer Konkurrent, also der größte Konkurrent von Roman sei. Aber, sie hat sich verstanden. So zumindest ist, also es war der größte Konkurrent. Roman hat das aber in einem Video angesprochen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Format es war. Auf jeden Fall habe ich mir da auch ein Video anzuhören gesehen, wo er erzählt hat, warum keine Videos mehr mit Flo kamen. Und zwar liegt das daran, dass sie schon so viel gemacht haben und am Ende halt nicht mehr so viel Spaß an den Videos hatten. Und dann halt im Guten auseinandergegangen sind. Sie haben wahrscheinlich noch Kontakt, kann ich mir gut vorstellen. Aber, ja, sie sind halt den Guten auseinandergegangen. Sie hatten halt nicht mehr so viel Spaß wie früher an den Videos. Und so sind sie eigentlich auseinandergegangen. Dann meinte sie, dass Roman, äh, Easy, also sie gesucht hat, um Flo aus der Gruppe zu werfen. Was ja dann eine Lüge war. Und hat so verstanden, wegen Klicks, Fame, Geld. Aber Roman hat ja auch bezeugt, dass er in Easy ein Talent erkannt hat und sie deshalb dabei haben wollte. Weil er auch gut verstehen kann, weil Easy ja jetzt keine schlechten Videos macht. Und klar, wenn man jetzt hauptberuflich YouTube macht und man einen kleinen YouTuber entdeckt und man sieht, ey, der macht eigentlich oder sie macht gute Videos, ja, warum sollen wir nicht bitte aufnehmen? Das ist natürlich immer das Wirtschaftliche, auch ein bisschen im Hintergrund. Aber freundschaftlich wäre das natürlich auch positiver Punkt. Also kann ich jetzt nicht nachvollziehen, dass jetzt Roman so geldgeil wäre. Easy versuchte halt mit Lars den Kontakt aufrecht zu erhalten, kann ich auch gut verstehen. Sie hat ihm ein gutes Jahr nach zwei Monaten Funkstille geschickt oder gewünscht. Sie meinte halt, dass Lars da oft nicht erkannt wurde, kann ich nicht verstehen. Aber er hat auf jeden Fall die Nachricht gelesen, das hat er auch in dem Video gesagt. Aber es will sie auch groß erhoffen. Zwei Monate Funkstille ist natürlich eine nette Geste, dass sie ihm ein frohes neues Jahr wünscht. Hat er sich auch darüber gefreut, aber ja. Sie meinte halt, dass nichts von ihm mehr kommt. Wir sagen mal so, es kam von beiden nichts. Also ich möchte da jetzt nicht irgendeine Partei Roman und Lars, so wie Easy, als von meinem Favoriten da in den Blickpunkt stellen. Also ich tue hier versuchen, nicht irgendjemanden zu bevorzugen, damit das hier klar ist. Roman soll verboten haben, Kontakt mit Lars, also den Kontakt zwischen Lars und Easy. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Hat Lars aber auch widerlegt, dass es überhaupt nicht stimmt. Also hat dort Easy wieder gelogen. Und sie meinte halt, dass Lars abhängig, so wie auch finanziell abhängig von Roman wäre. Lars hat auch gesagt, dass es überhaupt nicht stimmt. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Lars hat einen eigenen Kanal. Der läuft jetzt nicht mit 5 Klicks oder 5000 Klicks. Der macht gut Aufrufe. Der kann gut sein eigenes Geld verdienen. Und ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass Lars finanziell abhängig von Roman wäre. Hat da auch gesagt, dass es überhaupt nicht stimmt. Und das könnte jeder logische Menschenverstand sehen, dass es auch nicht so ist. Sie meinte halt auch, dass er so an sich abhängig von Roman ist. Aber es ist natürlich klar, dass man zu einem Freund steht, mit dem man halt schon länger kennt. Als wenn man jetzt zu irgendjemand anderem steht, den man zum Beispiel nach nur einem Jahr kennt. Das ist natürlich auch logisch. So, dann meinte er noch, ihr seht, dass Roman sie benutzen würde, als ob sie ein Werkzeug würde. Wäre nicht wie einen gleichwertigen Menschen behandeln würde. Und da frage ich mich, wie soll er mit dir umgegangen sein? Hat er dich jetzt angebrüllt? Sonst war es angebrüllt schon mal nicht. Wurde belegt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich frage mich, was soll er gemacht haben? Da stellt mich für mich die Frage, was soll er gemacht haben? Nicht wie einen gleichwertigen Menschen behandelt haben. Da kann ich mir gerade nichts darunter vorstellen. Als ob es jetzt ein Rassist oder ein Nazi wäre, was beides nicht ist. Und in den Videos auch hat man überhaupt nichts angemerkt, als ob da irgendjemand benachteiligt worden wäre. Also kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Easy meinte auch dann halt, dass Roman gesagt hätte, sie seien keine Freunde, sondern Kollegen. Das ist ja dann auch nicht so ganz richtig. Weil Roman weiß auch, also wer war bestimmt so oder ist auch noch so, dass sie Freunde sind. Nur Kollegen kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil sie haben ja bestimmt auch privat ein bisschen was zusammen gemacht. Also so stelle ich es unter anderem vor, weil es sind ja jetzt nicht so YouTube-Kollegen. Es sind ja natürlich auch eine kleine Freundschaft. Wenn sie 2017 angefangen haben oder halt 2018 angefangen hat mit Videos machen. Das sind ja zwei Jahre, wo sie Videos zusammen gemacht haben. Da kann mir niemand erzählen, dass da keine Freundschaft entstanden ist. Also bitte. Sie meinte auch, dass durch sie Romans Kanal zu einer der erfolgreichsten Deutschen geworden ist. Da gibt es natürlich mehrere Gründe, warum er unter allem das geworden ist. Aber das liegt bestimmt nicht nur an Easy. Karl Flo und Flo Aresour haben ja zusammen Videos gemacht. Da haben sie sich ja unter anderem auch gegenseitig gepusht. Logischerweise, freundschaftsmäßig und YouTube-technisch. Genau wie Lars und Roman sich gegeneinander gepusht haben. Was sie auch unter anderem immer noch tun, was natürlich auch logisch ist. Und nur durch Easy ist er ja nicht zum erfolgreichsten geworden. Also es stimmt ja einfach nicht. Und dann meinte sie auch, dass Roman Chaos Flo über Welten überholt hat. Da bin ich auf den Kanal gegangen. Hab mir klickstechnisch mal vergleicht. Um Welten würde ich mich jetzt halt so ja sagen, dass sie eine 5000, die andere 50.000 macht. Ah stimmt ja nicht. Flo macht so um die 80.000, 90.000, manchmal auch über 100.000 Klicks macht. Und genauso ist das bei Roman. Der macht auch so um die 100.000 Klicks immer. Wenn nicht mal ein bisschen weniger, mal mehr. Also Welten sind das für mich nicht. Da meinte sie, dass Roman über ihren neuen Kanal komplett bestimmen möchte. Das hat er zwar jetzt sich im Statement oder so angesprochen. Das kann ich mir auch irgendwie moralisch wie seelisch überhaupt nicht vorstellen. Also ich hab natürlich keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Wurde nirgendwo gesagt oder belegt. Also es kann sein, dass da Easy recht hat und Roman das wirklich gemacht hat. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und vor allem kann ich es mir nicht vorstellen, dass dann Roman noch Geld von ihr wollte. Also das, das ist mal das Ungläubigste, was das ganz, das, was, also das ist das, wovon ich am wenigsten im ganzen Video geglaubt habe. Warum sollte Roman Geld von Easy haben wollen? Er ist gut finanziell aufgebaut. Er hat einen eigenen Kanal mit gut Klicks. Da macht er auch was weiß ich wie viele tausend oder Millionen Klicks im Monat. Und da kann er auch gut davon leben. Da braucht er jetzt nicht noch kein Geld von Easy oder so. Also frage ich mich auch, wofür will er das Geld haben? Oder halt warum sollte er Geld von dir verlangen wollen? Für was denn? Da meinte sie, dass Lars und Flo zu ihr gesagt haben, dass Roman sich zurücklegen kann, weil Mädchen in die Gruppe ist, äh, gekommen ist. Und dass er halt jetzt durchs Nichtstun halt weitermachen kann. Das ist ja auch Bullshit. Nur weil Mädchen in die Gruppe kommen, muss ja Roman noch was machen. Der muss die Videos cutten, auch wenn er jetzt nicht so viel gecuttet ist, wahrscheinlich in den meisten Videos. Aber ein bisschen cutten tut er ja immer noch. Auch das ist schon mal mehr als Nichtstun. Der macht die Thumbnails oder in seinem, ach, die Thumbnails. Und Roman macht da noch ein bisschen was nach, wie es da läuft. Keine Ahnung. Aber Nichtstun sieht für mich anders aus. So, dann soll Roman Kontakt abgebrochen haben, obwohl angeblich dann alles in Ordnung war. Tja, von Easy kam aber zu dem auch nichts mehr. Also, dass Roman dann Kontakt abgebrochen hat, hat er ja auch gesagt, dass er, ehe sie zu ihr geschrieben hat oder sie halt angeschrieben hat, dass sie halt reden können über alles und so. Also, sehr freundlich. Und Kontakt abbrechen sieht für mich dann auch anders aus. Roman soll ihr dann das Gefühl gegeben haben, klein zu sein. Verstehe ich nicht. Wie kann man jemandem das Gefühl geben, klein zu sein, wenn man auch eine gewisse Reichweite hat? Kann natürlich sein, dass sie sich so gefühlt hat. Das kann natürlich sein. Da möchte ich ihr jetzt auch nicht in den Rücken fallen und sagen, nein, das stimmt nicht. Kann natürlich sein, dass da Easy recht hat. Aber wenn das so sein sollte, dann war es bestimmt auch keine Absicht, dass Roman die jetzt sehr klein machen möchte, weil Easy da auch eine gute YouTuberin ist. Sie macht ihren Job gut, sie macht gute Videos. Und ja, also sie halt vom Gefühl her geben, klein zu sein, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ich antworte auch dann, wenn nötig, in den Kommentaren euch. Ansonsten was vom Video. Wir sehen uns dann in zwei Tagen, 15 Uhr bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute. Wir sehen uns dann.